Nein, das heißt doch die Schnauze! Warnung! Dieses Video beinhaltet Szenen mit erhöhter Lautstärke. Hallo, hola! Hallo, hola! Hallo! Marcel Davies, aaaaaaaavies, sie war das Samt. Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an. Kostenlos! Mein Tim und ich helfen Ihnen gerne. Die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Familie Sturm hier. Dann reden wir auch nicht lang um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davies, 1&1. Snya no snya, sie war das Samt. Marcel Davies, 1&1. Snya no snya, sie war das Samt. Marcel Davies, 1&1. Nein, das ist eine Schnauze! Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Unfair und unverrennt. 1&1.